In ruhiger, landschaftlich reizvoller Lage direkt am Flusslauf der Weser gelegen, befindet sich der Campingplatz Höxter. Familie Hachmann freut sich auf ihren Besuch. Hier können Sie Ihren Aufenthalt genießen und sich vom Alltagsstress erholen. Entdecken Sie Höxter, erleben Sie Geschichte oder erfahren Sie das wunderschöne Weserbergland mit dem Fahrrad, Kanu oder dem Weserdampfer. Der Platz verfügt über einen direkten Zugang zur Weser mit Bademöglichkeit und einem eigenen Steg sowie einer Slipanlage für kleinere Sportboote. Darüber hinaus halten wir für Sie auch Wohnwagen und Blockhütten zur Vermietung bereit. Ein modernes Waschhaus mit Familienbad und wunderschönen sanitären Anlagen steht allen unseren Gästen zur Verfügung. Neben dem Campingplatz befindet sich das Freibad, zu dem alle Gäste zu vergünstigten Konditionen Zutritt haben. Zusätzlich zu unserem Campingplatz bieten wir Ihnen auch zwei Plätze, speziell für das Wohnmobil. Ein Platz mit ca. 50 Stellplätzen befindet sich am Floßplatz an der Weser, wo Sie direkt auf die Kulisse der Stadt blicken und die Altstadt von Höxter in wenigen Minuten zu Fuß erreichen können. Ein weiterer Platz mit ebenfalls 50 Stellplätzen befindet sich direkt am großen See der Freizeitanlage Höxter-Godelheim. An dieser Freizeitanlage stehen Ihnen alle Sanitäreinrichtungen sowie eine Fähr- und Entsorgungsstation von Frühjahr bis Herbst zur Verfügung.